Was geht Leute? Ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich Willkommen zu meinem brandneuen Part von Super Mario Maker. So Leute, dann geht es mal mit dem Spiel weiter und ja Leute, ich muss euch was mitteilen und zwar habe ich die Speicherdaten, also so meinen Speicher entfernt. Also ja, wie soll ich sagen, bei der Datenverwaltung habe ich ja von Super Mario Maker ja mein Profil, wie soll ich sagen, meine ganzen Speichersachen so entfernt und ja, das heißt Leute, dass ich ja wieder ganz von vorne muss. Also ja, ich musste halt gerade von vorne wieder starten, wieder ein Level bauen und ja, biba blub und ja Leute, also ich wollte das einfach entfernen, weil, wie soll ich sagen, ich wollte halt genug Speicher. Damit ich die DLCs dann benutzen kann, aber nein Leute, es ist, also für Mario Kart 8 meinte ich, ne. Und, aber nein, leider hat das nichts gebracht und ja, Pech gehabt, sag ich mal so. Dann kann ich ja nichts anderes als von vorne machen und ja Leute, ich möchte jetzt mal weiter die 100 Mario Herausforderungen zocken. Und ja, ganz von vorne, also ich habe noch kein Schwer und so, ne, ist ja klar. Und, ne, jetzt lesse ich mich nicht durch. Ja, okay, das ist jetzt, ähm, ja, viel Text, sag ich mal. Was man sich ja, äh, selber in Ruhe mal durchlesen kann, so. Also, also, mach ich jetzt aber nicht einen Part, ne. Oder es ist einfach zu lange dauert, sag ich mal. Und, ja, es ist natürlich schade, dass, ja, dass ich meine Levels nicht mehr hab, also die ich, äh, gebaut hab. Und, ja, naja, das soll man machen, Leute. Kann man nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, kann man nicht mehr rückgängig machen und. Okay, schwierig ist doch freigeschaltet. Ich dachte mir, ne, what the fuck, okay. Ähm, habe ich nicht gedacht, aber egal. Dann mache ich einfach nochmal weiter. Und, ja, neues Spiel. Okay, wenn du ein Level spielst, den ein, den ein anderer Nutzer gebaut hat, könnte, können andere Leute sehen, dass du diese Level gespielt hast. Und der Baumeister erhält eine Benachrichtigung. Du kannst die Benachrichtigung an, an dem Baumeister des Levels in den Optionen deaktivieren. Okay. Alles klar. Let's do this shit, ne. Soll ich mal. Und, ja, okay. Ja, Prinzessin Peach wird entführt. Ja, ja. Okay. So. Ja, neues Spiel, neues Glück, sag ich mal. Gut. Ja, 100 Leben. So. Watch your step. Okay. Ähm. Scheiße. Okay, ich gehe einfach... Ne, ich will jetzt, äh, einfach nur weiter rennen oder so. Ja, okay. Und dann muss ich ja noch auf dem Piranha landen. Super, genial, ey. Wartet mal, ich gehe am besten so oben. Aber, ja. Meine Fresse, ey. Ich will das schaffen. Sieht ja gar nicht mal so schwer aus. Und, geschafft. Alles klar, also... Ja. Schon gescheatet, sag ich mal, nach oben, ne. Also, da oben. Und, ja. Zwei Leben dazu bekommen. Ja. Aber, was soll man machen? Okay, einer hat geschrieben, nice, it's fun and easy. Ja, fand ich auch, sag ich mal. Also, ähm. Ja. Ich finde das schon merkwürdig, warum das auf normal ist, weil... Ich fand das schon easy. Mhm. Ja. Der andere auch. Gut. Nichts. Okay. Her damit. Ja, was ist mit euch gelö... Ja, shit. Ich wollte einfach durch, weil ich dachte mir, hä? Ich hab's das vielleicht schaffen könnte. Lass mich durch, Bowser. Ich will keine Probleme. Und... Sieht so aus, dass das... Weit das Ziel ist, oder so. Oder what the fuck is going on? Kein Plan, Leute. Ähm. Ja. Was soll man da noch Großartiges sagen? Also... Ja, der hat viel Platz gelassen. Also... Wie soll ich sagen? Der hat da nichts wirklich so... Gebaut. Und... Ich fand das schon irgendwie... Nicht kreativ, also... Ja. Naja. Weiter geht's. Gut. Fly. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch this guy. Okay, ich kann nicht sehen. Scheiß drauf. Aus dem Weg, ihr Fotzensöhne. So. Ja. Ich wollte eigentlich den Bowser noch treffen mit der Flamme. So. Okay. Ja. Level beendet. So. War schön zu fliegen, muss ich sagen. Mhm. So. Äh. R, B, R, C. Okay. Hm. Ah, ich glaube, ich muss den Bowser töten oder so. Ah, der Bowser wird aggressiv. Ist klar. Nein, Bowser. Nimm mal... Nimm mal, äh, eine Beruhigungstablette oder so. Das würde dir bestimmt weiterhelfen. Wegen deiner... Aggression und so. Alter. Okay. Okay, den Bowser könnte ich vielleicht noch töten. Aber wie es aussieht... Bin ich auch tot. Geil. Nein. Bowser, friss das. Take this. Komm. Meine Fresse, wie oft musst du ihn noch treffen. Komm. Komm, wreck den doch. Meine Fresse. Okay. Okay, das ist nicht schlau. Das ist gar nicht schlau. Und, okay. Alles klar. Eigentlich könnte ich theoretisch, äh... Ja, aber... Das kratzt mich gar nicht. Aber... Ah, ja. Okay. Egal. Ich hab's geschafft. Und... Warte, fuck. Ah, jetzt geht die Disco ab. Ja. Schön ob-dancen hier. Aber ja. Wir machen können auch nicht-dancen. Egal. So. Bowsers Basketball. Okay. Basketball. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Egal. Ähm... Ach. Ist das nach oben, oder was? Hem. Ich bin grad dumm, irgendwie. Ach, ja. Nach oben. Ja, ist klar. Ich muss den also nach oben wirklich ganz oben werfen. Wie's aussieht. Und... Das klappt aber nicht. Wie's aussieht. Nein. Fuck. Na, irgendwas sagt der Fall schon. Und... Ja. Das klappt aber grad nicht. Nee, das ist doch nicht normal. Können wir nicht einfach... Ey, wo werfe ich den denn hin? Ja. Das ist doch klar. Das ist bestimmt, äh, was für Anfänger, ey. Ich bin auch ein Riesenanfänger, solch. Jetzt, ob ich das Spiel jetzt grad angefangen hätte. Tch. Na komm. Das letzte Mal, ganz ehrlich. Das ist irgendwie ein Müll für mich. Finde ich. Nein. Okay. Irgendwie. Ähm. Ist das... Wie soll ich's sagen? Ich hab grad einfach nicht den Faden da. Also. Äh. Ähm. Aber... Ich fand's eigentlich Müll und darum. Also. Ich hab den ja nach oben geworfen. Wie der Fall das ja schon... Vergestallt hat. Nach oben. So. Ah, was mach ich da? Okay. Äh. Thanks for... Ach. Fürs... What the fuck? What the fuck, Alter? Ja, als ob ich hier gegen zwei, äh, gegen drei kämpfen muss, Alter. Okay. Und da vorne sicher, dass... Ja, direkt vorm Jahr ist klar. Und... Geschafft. Alles klar. Also die, ähm... Die erste Tür... Das war ja nicht... Wie soll ich sagen? Ähm... Ja. Den Boss. Also. One versus three. Also das ist schon hart. Und... Nee, das würde ich nicht freiwillig machen. Also. Nein. Äh. Dafür bin ich einfach zu Feigling. Also zu... Ja. Einfach an Schisser. Mhm. So. Toast. Oder wie auch immer das... Ausgesprochen wird. Und... Ja. Pfff... Loll. Oh. Okay. Mit Flügeln. Ah. Nee, 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 nee. Ach du Scheiße. Ja, komm. Du willst mit mir hier joken, ne? Pff. Wann einfach durch. Wann einfach durch. Und... Come on. Komm. Das Ziel verdammt. Und geschafft. Alles klar. So. Okay. Also. Ich denke mal schon, dass... Dass es bis zur Mitte schon machbar ist. Also. Ja. Ich denke mal schon. Ne. Dann werde ich den Part wahrscheinlich schon aufhören. Crazy Rolls. Von Red Rock. 105 oder so. Wollen wir auch mal. Ähm. Okay. Ich bin ein Block. Nice. Oh shit. Und... WTF. Okay. Naja. Jetzt aber nicht mehr. Schade. Und... WTF. Aber da konnte man wahrscheinlich auch noch... Äh. Ja. Egal. Redneck. 005. Ah. Okay. So heißt der also. Ähm. WTF. Komm. Komm. Jetzt bin ich ein Trampolin. Loy. Und... WTF. Alter. Ich spring einfach durch und... Ach du Scheiße. Okay. Das war zu schnell geraten. Boah. Ich hab schon echt Schiss. Muss ich sagen. Und WTF. Scheiße. Okay. Jetzt bin ich ein kleiner Mario-Mann. Und... Ah. Das ist ja... Zwei Plattformen. Oder WTF. Also. Ja. Sehr logisch. Finde ich. Ja. Aber das sieht irgendwie hässlich aus. Ja. Kann ja wahrscheinlich jeder... Denken, ne. So. Okay, Leute. Ich mach dann das letzte Level noch. Und... Ja. Ähm. Bevor ihr jetzt... Äh. Also. Ich werde da natürlich... Ja. Wie immer am... Immer am Part halt mitteilen, so. Dass ich mich natürlich sehr drüber freuen werde. Also. Ja. Sag ich eigentlich immer. Also. Ich fände das aber schade, dass ich eigentlich... Keine IDs so bekomme. Also Level IDs. Und. Ja. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir eure Level IDs einfach in den Kommentaren postet. Oder von Freunden. Oder wer auch immer. Und. Oh mein Gott. OTF. Das ist schon hier. Chorling oder so. OTF? Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Ich will durch. Das ist sogar das Ziel, meine Fresse, Alter. Ja. Ja, komm. Du willst mit mir ja joken, ne? Ist klar. Du willst mit mir joken, Alter. Und das noch im letzten Level, du scheiße Japse. Ist klar. Okay. Du hast es also nicht so gewollt. Was ist jetzt? Warte mal. Ah. Ey. So eine Scheiße, Leute. Ach. Ich kann auch die Tür benutzen. Aber dann werde ich respawned. Scheiße. Ach du kacke. Nein. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Das war also nicht gut. Das war gar nicht gut. Okay. 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 Alles klar. Scheiße. Da muss ich irgendeine Türbecher benutzen oder so. Da war die erste Tür also falsch. Aber das ist doch nicht normal, Leute. Tut mir leid. Aber das ist nicht normal, finde ich. Echt nicht. Also könnt ihr das wahrscheinlich auch selber verstehen. Scheiße. Aber das ist assi, finde ich. Das ist so assi vom Japsen. Finde ich. Also ich bin wirklich schon, äh, kurz, also kurz drauf zu skippen. Weil ich, ich, äh, finde das schon Müll, muss ich sagen. Also schon totaler Joke. Echt. Hier. Ich zeig dir nur Mittelfinger, weißt du. Mir reicht's langsam, echt. Ah, ja. Jetzt kann ich das vergessen. Und, ja, ich kann das wieder nehmen. Come on. Come on. So. Na, unter Wasser also ist dieses Item eigentlich nicht nötig. Ja, so. Meine Meinung und... Scheiße. Fuck. Nein. Du Bastard. Meine Fresse. So, dann können wir mal die ganzen Bitches hier töten. So, komm. Alle sollen dran glauben. Und ich hab hier noch zwei Erbs zu sammeln. Aber die Scheiß-Missels, sie wollen mich hier abhalten. Ist klar. Okay, ich denke mal, ich sollte mal am besten, äh, Sicherheitsfall ein bisschen Abstand nehmen. Alter. Shit. Shit. Das ist mir zu gefährlich, Mann. Weil die Blob-Pastor echt, äh, wie soll ich sagen, dass da echt Massen von Blob-Pastor sind. Also, schon. Viele Blob-Pastor. Wie lange dauert das Level eigentlich? Komisch. Jetzt muss ich noch weiter oben. Und ich seh das Ziel. Also, ich find das schon komisch, warum das Ziel unter Wasser ist. Also, ähm. Ja, ich, äh, find das eigentlich besser, wenn das so draußen ist. Also, nicht so unter Wasser. Aber, naja. Es ist ja so gebaut. Und egal. So, das war's dann, denke ich mal, ähm, für den Part. Also, ich hab ja schon die Mitte geschafft. Und, ja, ich möchte jetzt aber nicht weiter mit solchen Levels machen. Also, ne, 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 ne. Da könnt ihr mich ja wirklich... Wenn das stimmt... Okay. Das ist bestimmt Automatik-Level. Dann lass ich das noch einmal laufen. Also, ich, äh, lass das einmal noch da. Also, ja, das Level werde ich noch, ähm... Ja. Okay, nach dem Level werde ich dann wirklich aufhören. Und, heh. Okay, das war's also. Oder was? Ne, es geht gleich weiter. Alles klar. Warte, ich muss warten. Okay. Also, das ist ein Automatik-Level, schon klar. Also, jeder Experte, der weiß er, also, jeder Experte, der weiß er schon. Auch nur wie ich, so, wie ich. Okay, muss ich gar nichts machen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020